Musik Hallo, was haben Sie denn hier? Einen beheizten Handschuh von Alpenheat. Ist Batterie betrieben mit Lithium-Ion-Akku, kann man einstellen auf drei Stufen. Wird beheizt zwischen den Fingern, damit man keine kalten Finger hat. Und man kann auch sogar den Akku wechseln. Oh, also man hat einen Ersatzakku mit dabei? Kann man tun, genau. Wie lange dauert es abends? Vier Stunden, dann ist der Akku wieder voll. Kann man benutzen, je nachdem auf die Heizstufe zwischen zweieinhalb und acht Stunden. Vielen Dank. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020